Wir glauben an uns, egal wie es steht, wir wollen uns nicht hängen lassen, weil wir spielen immer noch für den 1. FC Köln. Wir wollen uns gut präsentieren, weil die Mannschaften der Verein das verdient hat, die Fans, die uns immer hinter unserem Rücken stehen, in so einer schweren Phase, was auch nicht normal ist. Musik Sweat in by Koziello, and with 20 minutes to play, the bottom side in the league, have hope. Rissa, still going, options on the cutback, they've scored again! Dann hat Bittencourt ein unglaublicher 2. Halbzeit. Köln wird nicht aufgeben. Überlebnis ist unmöglich. Sie haben die 3 Punkte. Sie haben wieder Hoffnung.